Hallo Leute, herzlich willkommen, hauen Sie das andere Kommen. Wir gehen auch erstmal in die Mail rein. Hier steht Badezimmer und Werkstatt. Bitte räumen Sie das Haus auf und kickt das Haus. Hey, meine alte Tante ist eine Rohspitz gelandet und wird es sicherlich nicht so schnell verlassen. Nun habe ich ihr Haus bekommen. Es ist hässlich und ich würde es am liebsten abreißen. Ich würde gerne etwas Neues bauen, habe aber kein Geld. Das Haus ist kitschig und sieht aus wie das Haus einer einsamen Mutter. Die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Also fast wie bei mir. Schmeiß alle blöden Schränke raus und stelle normale Möbel rein. Weder an den Wänden kannst du auch entfernen. Mach einfach was draus, denn im Moment sieht es einfach fürchterlich aus. Sollte schick und stilvoll sein. Bis bald. Okay, akzeptieren wir mal. Let's go. Es ist ja leid, jetzt habe ich hier irgendwas gedrückt. Ja, erstmal kurz was trinken. Ich hoffe, das hört man nicht ganz so schlimm. Naja, das war laut. Perfekt. Okay, okay, okay. Ja, warte, erstmal mal. Dann ist das hier ein bisschen weiter. Also, also Wände abreißen mal wieder. Immer diese Wände. Wände. Die Tür verkaufen. Oh ja. Nein. Wände. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. So, erstmal alles hier verkaufen. Was nicht haben wir. Gut, Wasser fallen. Ist doch gar nichts mehr. Doch, doch, ja. Äh, auch nicht. Auch nicht. Liegen schon Farbe kaufen. Jetzt sind hier irgendwo noch Bilder und ich sehe die nicht. Ach hier. Ändern sie die Anordnung der Räume. Ja, das will ich ja machen. So. So. Wurde gerade gestört. So. Dann. Ah, jetzt ist es rum. So. Dann gehen wir mal die Wand weg. So. Komm. Jetzt. Okay. So. So, anscheinend ist die Wand schon weg. Ich würde sagen, das mache ich eben kurz weg, würde ich sagen. Ja, wobei. So. Die Wand ist schon weg. So. Jetzt ist es weg. Irgendwo soll ich nur noch Wände abreißen, aber das ist nicht hier. Okay, jetzt soll ich streichen. Hier streiche ich orange und da. So, dann streiche ich hier dort mit weiß. Diese Wand hier wird komplett angst. So, ab hier. So. Ich frag mich, wer ein blaues Inks hat, ey. Blaue Küche. Oder was auch immer das war. Ich hab gar keine Ahnung. So, warte. Wie viel muss ich denn noch hier machen? Bei dem Streichen. 218 Wände streichen. So, ich will mal eben sagen, dass ich das kurz einmal selber mache und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hab jetzt hier mal ein bisschen orang in die Wände gemacht und weiß. Allerdings steht hier irgendwie noch, dass ich das hier streichen soll. Deswegen muss ich hier nochmal kurz einen kaufen. Mal hier kurz streichen. So. Ich weiß nicht, wie braucht das. Hier. Ah, hier. 99 und 100. So, fertig. Muss ich einen Kühlschrank kaufen? Stell ich hier hin. Weil ich hab keinen Platz, wo ich den sonst hinstellen könnte. Das Sofa kommen. Ja, ey, das passt hier alles gar nicht hin. Ich frag mich, wie die Entwickler sich denken, wo das hier alles hinkommt. So. Einfach so. Okay, wieso also Gegenstand verkaufen. Nicht? So, die ganzen Bilder hier. So. Falls ihr Husten in meinem Hintergrund hört. Mein Bruder ist schon wieder mal hier. Gegenaufensan. Deswegen. Ich brauche, aber das ist nicht so schlimm. So. Müssen wir hier wieder die blöden Wände abreißen. Dann machen wir das denn mal. Das ist nicht so schlimm. Dann machen wir das hier einfach oder die Tür weg. Die Tür soll auch weg anscheinend. Ich weiß gar nicht, was ich hier rein soll. Ich hab keine Ahnung, was ich hier reinmachen will. Ich hab keine Ahnung, was ich hier rein machen will. Hm. Warte, ist das hier? Ah ja, tatsächlich. An dieser blöde Scheißschrank. So. Jetzt kann man sie mir schön weg machen. Und warum hört man das denn, ey, doppelt. So. So. Kann ich sie schön weg machen, alles. So. Das hier alles schön weg. Oh, ich hab ihn jetzt. Schneller abreißen. Damit das hier schneller geht. So. So. Zack. 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 So. Perfekt. Kann man das hier noch weg machen, alles. So. Dann das hier noch abreißen. So. Das an der Wand. So. 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 Okay. So. Zack. Perfekt. Perfekt. Jetzt soll ich mit einer Farbe streichen. Damit. Okay. Dann mach ich das auch einmal kurz. Ähm. wieder mal ohne Dings. Damit das ein bisschen schneller geht. so. 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 Da bin ich wieder. Und wir müssen jetzt auch hier ein Bett. Ähm. Ja. So. Dann bauen. So. Hier ist ein Radal. Das ist schon. So. Würde ich sagen. So. Warum auch immer. Hier kommt ein Nachttisch hin. Und da kommt ein Nachttisch hin. Okay. Das war falsch. Noch ein Nachttisch. Zack. Und ein Eck Schreibtisch. Warte. Ich würde das mal so machen. So. So. Dass das dahin kommt. So. 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 Perfekt. Und das. So. Perfekt. Und das. So. Und damit. Und damit. Würde ich auch sagen. Haben wir den Auftrag erfüllt. So. So. Auftrag erfüllt. Perfekt. So. Ja. Dann würde ich sagen. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Liken. Abo. Und ein Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord selber vorbei. würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und rein und hören. Euer ist dann so. Ciao. Schau. Bis zum nächsten Mal.